Du hast Peter gesehen, oder? Hast du ihn von mir gegrüßt? Wir sind alte Freunde, weißt du? Wir hatten nebeneinander liegende Zellen im Kapitol. Mit dem Schmerzschreien des anderen sind wir sehr gut vertraut. Ich werde Snow töten. Nichts Gutes ist vor ihm sicher, solange er lebt. Und ich kann nicht immer wieder reden darüber halten. Na, so geht doch. Nichts wird sich ändern, solange Snow am Leben ist. Und ich kann nicht noch eine Rede darüber halten. Snow muss für das bezahlen, was er getan hat. Auf welche Art auch immer, der Krieg wird bald enden. Du kannst jetzt nur noch eins tun, um die Rebellion auszuweiten. Wir haben alle denselben Feind. Dieser Mann verdirbt jeden und alles. Er zwingt die Besten von uns, gegeneinander zu kämpfen. Heute Nacht. Richtet eure Waffen gegen das Kapitol. Oh, meine Liebe, Miss Everdeen. Du darfst dich nicht täuschen. Die Spiele sind nicht vorbei. Ladies und Gentlemen, willkommen zu den 76. Hungerspielen. Ja, weiter. Untertitelung des ZDF, 2020